Wenn der Schwanz befohlen ist, dass dieses Kopierverzicht oder diese Ausnahmeregelung auch eingehalten wird, abgeschafft wird. Ja, klar. Wir wollen jetzt so viel Druck machen in den nächsten Jahren in Deutschland. Einfach mal schauen, wir gehen auch gleich rein. Schauen. Ja, gerne. Einfach mal gucken, wie die Tiere jetzt auch entspannt gehen. Das sind jetzt alles Ringelschwänze. Die mit 13 oder 12 in der Bucht schrecken sie ein bisschen auf. Normalerweise sind das Zirkustiere, wenn wir reingehen, sind die uns schon so gewöhnt, weil wir täglich da auch in die Bucht gehen. Das ist ja die so offene Schale, die ich auch in Anführung bringen, die dann stehen muss und die wir automatisiert haben. Und das ist so ein Ding, das entwickelt, weil das ist so der nächste Punkt für das nächste Jahr, für dieses Jahr und für das nächste Jahr, dass wir das perfekt kriegen. Dann gehen wir jetzt rein und Sandra macht mal eben den... Dann machen wir los. Auf den haben wir auch hier. Das machen die beiden allein. Dann habt ihr vier Zulagen, Luftverhältnisse. Die sind jetzt acht Tage abgesetzt, ja, vom 23. bis zum 10. nach der... Ja, was wir machen, ist die Schale, zusätzlich zur Mikroshule. Mikroshule macht Sandra jetzt gleich mal mal nur der Ball rein. Was wir dann machen, sind solche Säcke rauslegen, solche Luftsäcke, die die halt gespielen, anklappern. Die sind nicht so scheu, weil wir, wie gesagt, wir sind jeden Tag immer hoch. Wir merken schon jetzt intensiv, wie das Lüftungssystem auch funktioniert. Wir haben hier keine Mikro, eine Überhitze oder so. Wir haben eine angenehme Körperwärme, wenn man das anfasst. Wir haben hier zwei Mal, um die Haare zu haben. Zusätzlich gehen wir hin, abends legen, ob die Mache wieder kurz auf die Säcke. Da war ich in der ersten Zeit in Masse, aber das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist eine siebte Phase. Das ist eine siebte Phase. Das ist doch jetzt irgendwie vom Kindergarten in die Haustür oder vom Kindergarten in die Schülle. Oder von... Alles neu, keine Ahnung. Und geil, wenn wir dann im Mastbereich sind, dann sehen wir auch, bleibt man in den Tosen, dann zeigt uns das auch, worauf man da achtet, wenn die Schuhe das Auge durchschaut. Hier. 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 Das ist der Hochreiter. Warte, Armin, oder? Hochreiter. Ja, das ist doch eher, ich meine, hier auch Armin. Das ist etwas interessanter an der Stelle. Ja, genau. Wir haben es schon abgesucht, eigentlich. Nur zu sagen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, vor 8 Tagen haben wir das Gerät abgesetzt. Vor 8 Tagen, dann wissen wir, die Gewichtsdifferenz mit Teilen geordnet. Und das Ganze ist im Prinzip auch am ersten Klasse so gewesen, dass die Tiere, die möchten auch Wasser ausbekommen. Dann kannst du das lassen. Wir haben halt noch früßig, 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 früßig. Ja, Jungs, euch geht's hier gut, ne? Ja, ich merk das schon. Ihr habt doch noch Interesse an uns, ne? Ja, ja, ja. Euch geht's hier. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz dankbar, dass man euch jetzt nur der Anzeige sehen hat. Und das als vor den Schraß vergeben. Die waren schon woanders. Ja, jeweils ab und mehrere. Jetzt gehen wir mal zu den Schwistern. Das sind diese hier, das sind die Landschläge extra für euch. Ich auswahlre. Hast du es doch ganz schau. Das sind eben die Jüngsten, würde ich sagen. Die sind da auf sieben. Ja, genau. Die nehmen jetzt auch dann die Matten da mal. Wenn dann wieder da nach gesehen wird, aha, das war zu viel, dann kommt wieder zur Listrisch-Stiegzeit. Das ist aber auch sehr eng hier in der Bucht, muss ich sagen. Die Schweine haben aber wirklich wenig Platz in der Bucht hier. Ja, aber ich denke, nur so kann es funktionieren. Wir haben auch mal mehr gemacht. Wir haben auch mal mit 18 gemacht. Es wird sehr schwer zu nennen. Sehr schwer. Ja, der nimmt das richtig schön. Das ist Tio. Das ist Tio. Man sieht es, der Tio. Ich weiß nicht. Der macht das auch nicht Spaß. Ja, aber da müsst ihr weghalten. Ja, ich sehe schon. Der macht das gut, der kriegt Gase. Der kriegt Gase. Der kriegt Gase von uns hier. Genießt. Ja, der lebt sich leicht und dann lässt sie dann auch morgen auf. Direkt hier, dann hat der andere über die Augen gerade. Los geht's, du musst du nicht mehr. Ja, da聽st du nicht. Machen Die evaluated nicht in die Augen. Menschen, denen du kannst, könnte ja einem ja. Tend –